Bevor es los geht mit dieser Folge von SplatTube, nur ein paar Informationen vorneweg. Dies wird eine der ersten Special-Folgen werden, die ich jemals bringen werde zu SplatTube. Das wird so ablaufen, ihr werdet jetzt kein Kommentar von mir hören, sondern nur Custom-Eingespiel-Musik mit dem Gameplay, was ich jetzt aufnehmen werde. Falls ihr gerne möchtet, dass das Ganze auch mal mit Kommentar sein soll, dann schreibt es in die Kommentare und ich mache das dann ab Folge 40. Also dann würde ich sagen, legen wir los und viel Spaß mit dem Intro. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.